Die dritte Grillmeile hatte in diesem Jahr wieder hervorragende Leckerbissen zu bieten. Mit der Unterstützung von Stargast Thomas Betia wurde fleißig probiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch beim Schätz-Gewinnspiel und Jägerschnitzel-Wettessen wurde alles gegeben. Welche Wurst wird wohl der Sieger? 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 Bis zum nächsten Mal. Aus fünf teilnehmenden Vereinen gewann der Hundesportverein Röderau mit ihrer Bock-Bierbratwurst. Wir sagen herzlichen Glückwunsch!